Wunderschönen guten Tag. Willkommen im Reichshof. Mein Name ist Christoph Kallenbach. Ich bin hier der Front Office Manager im Reichshof Hamburg. Hauptsächlich bin ich hier für die ganze Organisation und den Ablauf in der Zimmerabteilung zuständig. Das geht schon los beim Gepäck und geht weiter bis hin zum Tagesabschluss. Wir sind insgesamt 18 Mitarbeiter inklusive Auszubildenden. Das geht los beim Porter, der sich um das Gepäck der Gäste kümmert. Das geht hin bis zu den Auszubildenden, die ein wenig von allen ein bisschen lernen hier im Front Office. Und es geht hin bis zum Night Auditor, der den Tagesabschluss macht und dann quasi die Rezeption oder das Hotel für den neuen Tag vorbereitet. Schönen guten Tag. Vielen Dank für Ihren Anruf. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Sehr gerne. Ist noch etwas anderes, was ich für Sie tun kann? Wunderbar. Um 18 Uhr. Selbstverständlich. Sehr gerne. Vielen Dank. Also ich glaube, wenn man das, wer Hamburg kennt, glaube ich, kennt auch den Reichshof. Und es ist ein besonderes Hotel. Die Geschichte und die Atmosphäre ist etwas ganz Besonderes. Und auch das Verhältnis mit den Mitarbeitern ist etwas ganz Besonderes. Hier in Hamburg ein sehr freundschaftliches Verhältnis und es ist sehr schön. Und es gibt jeden Tag wieder etwas Neues. Und jeden Tag werden auch neue Kapitel geschrieben. Und ich glaube, die Geschichte vom Reichshof wird noch sehr lange gehen.